Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück in Final Fantasy 14. Weiter geht's mit den Handwerker-Guides und zwar von 35 bis 40. Hier habe ich vier Makros heute vorbereitet, zum letzten muss ich dann aber noch was dazu sagen, aber da kommen wir auch dazu natürlich. Als allererstes, wie sehen die Werte aus von unserer lieben Neo? Und zwar, wir haben 183 Kunstfertigkeit bei 180 Kontrolle und 268 HP. Da hat sich nicht viel gehen, aber wir brauchen auch immer noch 256 HP für die Crafts, denn wir haben noch nicht so viele Möglichkeiten, auch was die HP betrifft oder die Kommandos. Also hier, wir haben zwar die Kommandos verändert, aber die Punkte bleiben halt immer gleich und ich habe halt nur so viele, wie ich habe. Also da bekomme ich nicht mehr rein. Was hat sie an? Und zwar eine 34er Haupthand, dann 34, 36, 33, 28, 33 und 33. Auf der rechten Seite, die Nebenhand ist eine 35er und sonst 35, 29, 26, 27, 27. Da hat sich nicht viel geändert. Die Quest hat sie schon, das heißt die 35er Quest ist erledigt. Und wir schauen uns wieder an. Ich habe wieder mehrere Crafts vorbereitet. Als allererstes haben wir wieder ein Belastbarkeit mit 40. Das werden wir nur als Test-Synthese machen, da ich das Zeug mir einfach nicht holen will für diese einen Craft. Ihr könnt dann auch wieder nachsehen natürlich, wenn ihr andere Klassen levelt. Dieses Makro funktioniert dann auch bei den Matts, also 40er Belastbarkeit. Und hier hat sich glaube ich gegenüber dem davor nicht viel geändert. Also hier ist ein noch Level 35 bis 40 mit 40 Belastbarkeit. Das lassen wir mal ablaufen. Mit innere Ruhe, Nachhaltigkeit, dann der erste Bearbeitungsschritt. Und wir sehen hier im Fortschritt eh wie weit wir kommen, denn der ist dann noch wichtig. Ja, der kommt dann später noch. Haben dann unsere Veredelung, solide Veredelung. Nochmal eine Veredelung, Nachhaltigkeit. Veredelung, solide Innovation, Veredelung und Bearbeiten. Also dieses Makro hat sich nicht verändert. Also das ist immer noch gleich geblieben. Für Matts haben wir im Moment nicht viel andere Möglichkeiten als so zu craften. Ja, also wenn ihr ein bisschen mit HQ anfangt, habt ihr auf jeden Fall die 100%. Ja, also das ist auf jeden Fall dann fertig. Als nächstes kommen wir zum Level 40 Rezept Belastbarkeit mit 80. Braucht 256 HP. Und hier habe ich euch ein Echo hineingeschrieben. Das Echo seht ihr dann im Chat. Darum schiebe ich mich jetzt mal hoch. Denn hier unten kommt jetzt gleich das Echo. Wir starten das mal. Und zwar, wir werden es normal craften. Ich fange hier... Naja, nee, das ist schon wieder overpowered. Mit 1000. Alter Schwede. Das ist echt viel. Naja, lassen wir es halt so. Wir fangen halt mit 1000 an. Kann ich es weniger machen? Nee, ich habe den nur in HQ. Okay, ich kann es gar nicht anders machen. Und hier sieht es so aus. Wir lassen das Makro ablaufen. Innere Ruhe. Nachhaltigkeit. Zweimal bearbeiten. Man sieht den Fortschritt. Dann eine Veredelung. Eine solide Veredelung. Wieder die Nachhaltigkeit. Eine Veredelung. Dann eine solide Veredelung. Das selbe Spiel nochmal. Ich meine, wir wollen ja Qualität machen, aber er ist jetzt schon fertig. Also der wird jetzt auf jeden Fall fertig sein. Wir haben noch zwei hastige. Wir sehen, wir haben sehr viele Qualitätsschritte drinnen. Was natürlich sehr wichtig ist. So, und jetzt kommt das Echo. Und hier steht drinnen, wenn der Fortschritt okay ist, Veredelung und bearbeiten. Und wenn der Fortschritt nicht okay ist, Ehrfurcht und bearbeiten. Was heißt das? Ihr macht hier diesen Syntheseplan auf und schaut, was habe ich Fortschritt? Habe ich 48 und rechne den hier dazu. Reicht es, dass ich fertig werde? Wenn es reicht, dann kann ich noch einmal veredeln. Also einmal Qualität mehr machen und dann bearbeiten. Würde die Zahl zu klein sein, also ich werde nicht fertig. Dann müsste ich die Ehrfurcht drücken und dann bearbeiten. Warum habe ich das so gemacht? Das Makro oder der Range, wo wir uns bewegen. Ich weiß, er reagiert nicht ganz genau. Bei mir geht es sich aus. Wenn er reagiert, wenn er ein bisschen schlechter ist. Dann habt ihr hier noch nicht diesen Fortschritt, dass ihr nur mal mit einer Bearbeiten fertig seid. Dann braucht ihr eben diese Ehrfurcht. In meinem Fall geht es sich aus. Das heißt, ich könnte jetzt noch einmal veredeln. Habe mittlerweile 9 innere Ruhe reingebracht. Bin auf jeden Fall fertig und jetzt kann ich bearbeiten. Fertig geworden. So also dieses Makro. Ihr könnt es da natürlich verändern. Wenn ihr wisst, es geht sich eh immer aus, dann schreibt die Zeilen fertig. Dann schreibt ihr halt nach der soliden Veredelung hier noch eine normale Veredelung rein. Macht dann die zwei hastigen und dann ein Bearbeiten. Bei mir geht es sich sehr aus. Also ich könnte es reinschreiben. Ich lasse das Makro aber so auch in der Liste. Nur, dass ihr euch auskennt eben. Und da unten drinnen steht dann wie gesagt eben dieses Echo. Das findet ihr dann in eurem Chat. Als nächstes kommen wir zu den Ishgard Rezepten. Und hier habe ich gesehen, da ist auch schon das zweite aufgegangen. Nur, das kann ich noch nicht abgeben. Ich habe aber ein Makro dazu gemacht. Also wer es craften will, ich kann euch das Makro auch gerne zeigen. Ich werde mir hier jetzt schnell nur dieses Zeug holen. Denn ich will das ja auch wirklich craften. Das heißt, ich gehe mal schnell Watz besorgen. So, somit sind sie da. Präpariert habe ich nämlich dieses hier. Und habe ganz vergessen, dass ich ja das auch craften muss. Und hier werden wir das jetzt einfach so craften, dass wir es abgeben können. Weil wir wollen es ja natürlich auch in Ishgard abgeben, dass wir ein bisschen leveln. Wir werden also auf Synthese drücken. Macht das Makro natürlich wieder auf. Habe also wie gesagt jetzt dann zwei Makros. Das eine heißt 35er Ishgard 20. Das heißt also das Level 20 Rezept. Und das andere heißt 35 Ishgard 40. 40er Rezept. Wir lassen wir das jetzt mal ablaufen. Das haben wir ein bisschen abgeändert. Solltet ihr beim Bearbeiten schon fertig sein. Also hier 74 stehen haben. Dann müsst ihr das Bearbeiten raus tun und könnt eine hastige mehr machen. Ihr könnt keine Veredelung machen, denn ihr habt die HP nicht. Also nicht vergessen, solltet ihr einen Bearbeitungsschritt rausnehmen, keine Veredelung reintun. Ihr habt einfach die HP nicht. Denn bearbeiten ist gratis. Also könnt ihr nun ein gratis Kommando auch wieder reintun. Ja, also das läuft wieder wunderbar ab. Hat sich glaube ich zu dem anderen auch nicht verändert. Das passt. Müsst ihr nur aufpassen wegen diesen 74. Man sieht, ich bin ganz knapp dran. Ja, also sobald das nicht mehr funktioniert, bearbeiten raus die Leiste. Und hier nach dieser Veredelung hier. Und diese Zeile dann hier macht ihr eine hastige hinein. Ja, und das Bearbeiten oben raus. Ja, somit haben wir das mal gecraftet. Das können wir dann gleich abgeben. Und machen jetzt noch den Level 40. Ich kann ihn zwar noch nicht abgeben, aber vielleicht bei 37 oder 38. Also craften werde ich ihn auf jeden Fall. Und hier sehen wir, habe ich schon ein bisschen mit dieser Ehrfurcht gearbeitet. Denn wir bekommen sonst nicht fertig. Das heißt, in diesem Fall brauche ich das auf jeden Fall. Wir hier ein bisschen Sonnenweizenmehl 2 Reihen geben. Fangen an mit 100. Ich tue 3 Reihen. Drücke auf Synthese. Und wir schauen uns jetzt natürlich das Makro an. Das sieht aus wie folgt. Innere Ruhe. Nachhaltigkeit. So, und jetzt müssen wir eine Menge, Menge Qualität machen. Also Veredelung. Solide Veredelung. Nochmal die Veredelung. Nochmal solide Veredelung. Wir hatten auch ein Gut. Jetzt die Nachhaltigkeit hinein. Nochmal veredeln. Nochmal solide. Jetzt zwei hastige. Wir schauen, dass wir so viel wie möglich reinbringen. Okay, ist nicht gut gegangen, aber wir haben leider nicht mehr HP. Jetzt die Ehrfurcht. Denn jetzt müssen wir hier mit 72 Fortschritt zweimal fertig machen. Wir sehen, wenn die abfällt, die Ehrfurcht. Wie viel hätten wir dann? Hätten wir nur 48. Ja, und dann müsst ihr da viel, viel mehr machen. Und deswegen am Ende Ehrfurcht und zwei bearbeiten. Ja, deswegen hier mit der Ehrfurcht. Wir werden das jetzt natürlich noch abgeben. Wir schauen uns das an. Denn es geht sehr flott. Ja, also vergesst aber nicht die Klassenquests. Und natürlich auch normales Craften. Craftet euch euer Gear. Ja, ganz, ganz wichtig. Oder Bufffood oder was ihr wollt. Aber verlernt nicht normales Craften. Ischgard ist schick. Kann man schnell aufholen. Aber verlernt trotzdem nicht das normale Craften. Man sieht, ich kann hier nur eines abgeben. Das zweite taucht noch gar nicht auf. Ja, also das ist noch gar nicht hier drinnen. Weiß auch nicht, ob es mit 38 kommt. Wir werden noch eines Craften schnell. Denn wir haben ja eh das Makro. Ja, das ist dann relativ praktisch. Wir werden das eine mal abgeben und schauen, ob ich es vielleicht bei 38 abgeben kann. Das wäre natürlich schick, weil dann hätte ich es fertig. Weil ich habe schon zwei. Zwei habe ich ja schon hergestellt, was ich weiß. Jo, zwei von diesen Keks. Also wir könnten ruhig diese Keksteile abgeben. Schreibt es mir in der Zwischenzeit in die Kommentare, wie geht es euch beim Leveln? Passt es? Seid ihr zufrieden mit den Makros? Wie levelt ihr? Ich hoffe mal, dass ihr viel Freude habt mit meinen Guides im Moment. Und, dass die Guides auch lange halten. Dass es über Endwalker dann natürlich auch weitergeht. So, die eine werden wir nochmal abgeben. Das ist eh auch wieder mit maximal 38. Also geht im Moment nicht auf. Ja, vielleicht wirklich erst ab 40. Ja, aber das Makro hättet ihr schon mal, wenn ihr es craften wollt. Aber es kommt natürlich mit Level 40 das neue Makro. Denn dann werden wir nur mehr die 40er craften. Dann brauchen wir die 20er nicht mehr. Dann sind wir schon ein bisschen besser. Jo, somit. Ich hoffe, dieser Video-Guide hat euch wie immer gefallen. Würde mich um Kommentare, Like, Abo freuen. Und somit ein Tschüss von mir und natürlich von eurer Neo.